Lass mit dem Ausordner alle Sorgen und Gedanken vom vergangenen Tag aus denen herausfließen. Überhol für die Position des Jogals. Wenn du mit dem Legende des Innen möchtest, damit du ganz gut bewegen möchtest, dann mach das jetzt, damit du dich in der Sorge nicht bewegen möchtest. Der Punkt ist ein wichtiges Thema für den Jogal-Mudra. Erstens, dass du dich möglichst nicht unterwegs und den Körper wohnen lässt. Zweitens, dass du den Körper aufwassen musst und die Instruktionen verlust. Der Körper schlägt, die Gefühle kommt rein. Hallo? Bitte. Ja, ich hab zu spät aufgehoben, aber ich hab gleich aufgehoben und dann muss aus. Bist du weg? Mhm. Okay. Okay.